Grüezi miteinander. Die Gesamterneuerungswahlen 2023 sind nicht mehr weit und wir sind endlich bei den vier Schweizer Regierungsparteien angekommen. Wir beginnen mit der Mitte der ehemaligen CVP. Diese Partei war und ist für die Schweiz von unglaublich grosser Bedeutung. Die Wurzeln der Mitte reichen bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Nachdem sich 1848 nach dem Sonderbundskrieg der Schweizer Bundesstaat konstituierte, kämpften zwei politische Pole um Einfluss und Ämter. Die aus dem Sonderbundskrieg siegreich hervorgegangenen liberal-radikalen und die unterlegenen katholisch-konservativen. Auf Bundesebene war der Schweizer Freisinn sehr dominant, in den katholischen Kantonen konnten die Konservativen aber fast ohne grosse politische Konkurrenz regieren. Während dieses Kampfes zwischen liberal-radikalen und dem politischen Katholizismus wurden auch viele direktdemokratische Elemente verankert. 1874 das fakultative Referendum, 1891 die Volksinitiative. Die katholisch-konservativen wurden 1891 in den Bundesrat integriert. Bereits 1919 folgte der zweite Sitz. Die Mitte ist also bereits seit über 130 Jahren ununterbrochen Teil der Schweizer Regierung. Bei den Bundesratswahlen 2003 verlor die CVP ihren zweiten Bundesratssitz an die SVP. Seitdem sind sie nur noch mit einem Sitz in der Regierung vertreten. Wer sich übrigens über die verschiedenen Bezeichnungen wunderte, der muss sich darüber keinen Kopf machen. Sie beschreiben alle mehr oder minder dasselbe. Die Mitte bzw. die CVP hat sich in den Jahrhunderten mehrfach umbenannt. 1894 wurde aus den katholisch-konservativen die katholische Volkspartei, 1912 die konservative Volkspartei, 1957 die konservativ-christlich-soziale Volkspartei, 1970 die christlich-demokratische Volkspartei und 2021 fusionierten eben diese CVP und die BDP zur heutigen Mitte. Die BDP, die bürgerlich-demokratische Partei, war eine Abspaltung der SVP. Nur damit wir wissen, wovon wir hier reden. Bei den Nationalratswahlen 2019 erreichte die Mitte damals noch als CVP 11,4% der Stimmen. Gemeinsam mit den 2,4% der BDP besetzt die Mitte insgesamt 28 Sitze im Nationalrat. Sie bilden gemeinsam mit der EVP eine Fraktion. Sitze errang die Partei in fast allen Kantonen, ihre Hochburgen liegen in den katholischen Kantonen Wallis, Freiburg oder Luzern. Jetzt haben wir im letzten Beitrag zu den Grünen gelernt, dass die Sitzverteilung des Bundesrates nach den nächsten Wahlen ein Thema werden könnte. Wir wissen natürlich nicht, wie stark die Mitte abschneiden wird. Ob sie das addierte Wahlergebnis von CVP und BDP noch übertrumpfen kann oder ob sie als neue Partei wieder stärker sind als die Grünen. Zumindest bei Proporzwahlen. Prognosen und Umfragen sehen die Mitte zwar klar vor den Grünen, doch selbst wenn sie wieder hinter den Grünen landen sollten, müsste eingehend über die Verteilung diskutiert werden. Denn selbst wenn die Mitte bei Proporzwahlen wieder nur Fünfter werden sollte, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie im Ständerat, also bei Majorswahlen, wieder die stärkste Kraft wird. Mit 14 Sitzen ist die Mitte die stärkste Majorspartei der Schweiz. Und diese Dominanz hat es in sich. Die Sitze verteilen sich über viele katholisch geprägte Kantone. Im Kanton Wallis sind sogar beide Ständeräte von der Mitte. Eine absolute Ausnahme. Oder im katholischen Appenzell Innerroden sind beide Vertreter des Kantons National und Ständerat von der Mitte. An dieser Dominanz wird sich wohl nicht fundamental viel ändern. Die Gründe für diese enorme Stärke in katholischen Kantonen sind relativ naheliegend. In Majors, also Mehrheitswahlen, ist das Mobilisieren besonders wichtig. Eine Mitte-Partei kann bis weit in alle Lager hinein Stimmen erobern. Für Polparteien ist das schon schwieriger. Ein anderer Grund liegt in der bereits erwähnten Historie. Die katholisch-konservativen waren in einzelnen Kantonen die absolute politische Macht. So einseitig ist das heute natürlich nicht mehr, aber eine so tiefe Verwurzelung einer Partei löst sich halt nicht so schnell in Luft auf. Die Mitte steht politisch, wer hätte es gedacht, in der Mitte. Und die Partei hat sich über die Jahrhunderte neu erfunden. Während sie im 19. Jahrhundert noch einer der Pole war, sieht sie sich heute als Brückenbauerin innerhalb der Schweizer Konkordanzdemokratie. Zitat, wir halten die Schweiz zusammen. Wir sind die politische Kraft der bürgerlichen Mitte, für die soziale Verantwortung kein leeres Versprechen ist. Wir haben ein gemeinsames Ziel, die Schweiz zusammenzuhalten. Mit Freiheit, Solidarität und Verantwortung. Der Partei ist es wichtig, tragfähige Lösungen zu finden zwischen der Polemisierung der linken und rechten Parteien. Die Mitte ist eine wirtschaftsliberale, christdemokratische, zentristische Partei, die in ihrer Bandbreite relativ viel abdeckt. Zwischen dem, was man noch heute als katholisch-konservativ und christlich-sozial bezeichnen könnte. Der wirtschaftsliberale, konservative Flügel erhielt durch die Fusion mit der BDP wohl noch etwas an Zuwachs. Was bereits für die CVP ein wichtiges Anliegen war, setzt die Mitte nahtlos fort. Sie möchte die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen. Ehepaare sollen zukünftig nicht mehr gemeinsam, sondern getrennt besteuert werden. Weil logisch, bei einer Progressivsteuer bezahlt man für beispielsweise 150.000 gemeinsame Franken einen höheren Steuersatz, als wenn beide mit jeweils 75.000 Franken veranlagt werden. Dieses Ziel verfolgen sie weiterhin konsequent. Auch erwähnenswert finde ich, dass die Vertreterin der Mitte im Bundesrat die Walliserin Viola Amherd ist. Sie ist Vorsteherin des Verteidigungsdepartements. In der Geschichte der Schweiz ist sie damit die erste Frau überhaupt, die dieses Departement leitet. Ob die Mitte-Kandidaten in eurem Heimatkanton entweder christlich-sozial oder eher katholisch-konservativ sind, findet ihr natürlich bei SmartVote heraus. Vielleicht stehen sie euch ja besonders nahe. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Partei. Zuhören und bis zu der nächsten Partei.